Ein Rat für Meditierende Lasse deinen Geist in einem Zustand, der gelöst und zwanglos ist. Betrachte in diesem Zustand die Bewegungen der Gedanken und verweile entspannt darin. So wird Stabilität einkehren. Frei von Haften an Ruhe und ohne Furcht vor Bewegung, sei gewahr, dass es keinen Unterschied zwischen Ruhe und Bewegung gibt. Geist entsteht aus Geist. Verweile in diesem Zustand so, wie er ist. Entspannt, ohne Ergreifen und ohne Anhaften. Hierin, der Wirklichkeit, wie sie ist, wird die Essenz deines eigenen Geistes, Weisheit, als strahlende Offenheit zum Vorschein kommen. Du wirst stumm sein vor Staunen und eine natürliche Ruhe wird sich einstellen. Doch halte diese Ruhe nicht fest als etwas, sondern bleibe natürlich, entspannt und frei. Ohne geistige Gebilde zu ergreifen oder abzuweisen, verweile einfach so. Gendun Rinpoche Gendun Rinpoche